GIGAS Original präsentiert Ein Film von Pascal Walterfang Meine Stadt, so viel. Hier bin ich geboren. Jetzt sind wir zu Hause. Genau in dieser Phase hatte ich Suizidgedanken. Zwei- oder dreipaar Schuhe. Ich hatte Träume. Mit seiner Geschichte, bevor er berühmt wurde. Wollte er einen Körper haben wie Jean-Claude Van Damme oder Bruce Lee? Jay Cutler oder Ronnie Coleman? Willkommen zu Luling. Gott, du hast du dich. Untertitelung des ZDF, 2020